Guten Morgen, liebe Zuschauer, zum DAX-Check. Der DAX, der bewegt sich im Moment in einer engen Range, nachdem er ja zuvor sich 2000 Zähler vom Tief gelöst hatte. Wir sehen es, da die Kurse von heute. Schauen wir erst mal auf den Chart, bevor wir auf die DAX-Tafel gehen. Also wir haben ja hier diese Range jetzt zuletzt ausgebildet zwischen 14,5 auf der Oberseite. Ich hatte gesagt, 14,553 ist dieses eine Hoch von letzter Woche und auf der Unterseite ist es der Bereich um 14,180 mit dem Ausreise auf 14.100 Zähler. Hier bewegen wir uns die letzten Tage. Heute Morgen schaut es danach aus, als ob wir leicht positiv in den Handel starten können. Der XDAX bei etwa 14.330 Zählern. Ja, und an dem langen Chart, wie gesagt, hier der Bereich, die 14.000 als Unterstützung, 14,1. Der ist durchaus signifikant und sollte als Auffanglinie für weitere Rücksetzer dienen. Wir hatten ja noch dieses eine Gap bei 13.974. So, kommen wir zum aktuellen Stand. Ich gehe mal davon aus, dass wir auch gleich erste Kurse sehen. Recht ruhig der Handel. Durchaus positiv nach den volatilen Wochen, die wir hinter uns haben. 14.330 hatte ich gesagt. Der XDAX, der Late- und EarlyDAX bei 14.320. Also in dem Bereich werden wir gleich starten. Leichtes Plus. Und solange wir in der Range zwischen 14.000 und 14.500 bleiben, ist die Chance auf jeden Fall vorhanden, dass wir dieses Hoch bei 14.500 eben überwinden auch und dann vielleicht in dem Bereich 14.800 bis 15.000 steigen können. Was können wir noch erzählen aus der, naja, ich wusste es, dass es kommt, 14.330. Also alles wie erwartet. Im Moment besteht kein Handlungsbedarf. Weder auf der einen Seite, das käme erst bei Kursen unterhalb von 14.000 Punkten in Frage, noch auf der anderen Kursen oberhalb von 14.550. Da werden wir aber aktiv, sollten wir diese Hürde überwinden. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Freitag, ein schönes Wochenende und ich würde mich freuen, wenn wir uns dann am Montag wiedersehen. Tschüss.